Ich zocke viel FIFA in der Freizeit und ich spiele meistens den Saisonmodus und versuche da die Eintracht zum Champions League Sieger zu machen. Und auf jeden Fall habe ich viel Spaß bei FIFA in der Freizeit. Wir haben extra zusammen trainiert für heute. Ja, macht auf jeden Fall Spaß wie jedes Jahr. Es gibt immer ein bisschen kleine Veränderungen, an die man sich anpassen muss. Aber natürlich, jeder Fußballer spielt natürlich auch gern FIFA. Obwohl ich ja keinen Gameface habe, also obwohl sie mir nicht mal ein echtes Gesicht gegeben haben, logischerweise, sehe ich gar nicht so unähnlich aus wie in echt. In manchen Situationen denkt man sich, was macht er da? Aber im Großen und Ganzen ist das schon echt detailgetreu und auch wie in echt. Alles außenrum, auch die Fans und alles, die werden immer realistischer und auch die Reaktionen von den Zuschauern und auch die Torjubel und alles, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat, ist schon echt realistisch geworden. Ja, das ist natürlich mal eine andere Erfahrung mit Marco zusammen. Wir haben ja auch noch nicht zusammengespielt und gegen die Fans macht das natürlich auch nochmal ein bisschen Spaß. Torwart. Komm, wir sind fixen, los. Komm, können wir mal ein Problem machen? 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. Durch die rote Karte war es natürlich ein bisschen schwerer für sie, aber nach dem 2-0 und rote Karte war es dann entschieden, würde ich sagen. Danach haben die Sachen einfach nur den Lauf genommen einfach. Ja, viele Verteidiger. Ja, deswegen steht die Null natürlich. Viele Verteidiger, die Null muss stehen.